Was geht ab und willkommen zurück zu einem neuen Fortnite-Video von mir. Danke, dass ihr es wieder auf meinen Kanal geschafft habt und den Weg hier zurückgefunden habt. Und ja Leute, in diesem Video soll es mal um den Fallobst-Skin gehen. Ihr habt ihn ja mitbekommen, das Ganze war ja gestern am Sonntag, Hashtag Free Fortnite, das Turnier, was der Epic Games veranstaltet hat. Ich konnte leider nicht daran teilnehmen, was ich sehr, sehr schade fand und ich war schon gut traurig. Aber ich meine, das Leben geht ja weiter. Ihr habt hoffentlich dabei mitgemacht und mich haben auch schon viele Nachrichten erreicht, wo die Leute mich gefragt haben, ey, was ist jetzt mit dem Skin? Wann bekomme ich diesen Skin? Habe ich jetzt erfolgreich mitgemacht? Kriege ich diesen Skin jetzt freigeschaltet? Warum habe ich ihn noch nicht? Und so weiter. Also Bruder, es war wirklich schlimm. Man muss dazu sagen, Freunde, der Skin wurde ja offiziell noch nicht in den Gamefights gefunden. Wir wissen ja nur, wie der Skin ungefähr aussieht, weil Epic Games ihn ja selber gepostet hat, mit dem Hashtag Free Fortnite. Eigentlich ist dieser Skin noch gar nicht in den Gamefights, zumindest so, wie ich das verstanden habe. Und Epic Games wird diesen Skin in Zukunft oder in wenigen Tagen in das Spiel mit einfügen. Die schlechte Nachricht ist, dass das Ganze noch ein bisschen warten muss. Also es kann noch ein bisschen dauern, bis ihr diesen Skin auf euer Account freigeschaltet bekommt, denn die neue Season steht ja kurz vor den Startlöchern und dieser Skin wird höchstwahrscheinlich in der nächsten Season erst freigeschaltet. Bedeutet, wenn ihr mitgemacht habt, genug Punkte erreicht habt, macht euch keine Sorgen, ihr kriegt diesen Skin auf jeden Fall. Also, wenn ihr eure Accounts verknüpft habt, beim Turnier teilgenommen habt, genug Punkte erreicht habt, dann braucht ihr euch gar keinen Kopf machen und gar keine Sorgen, denn Epic Games wird es nach und nach in das Spiel mit implementieren und eurem Account gutschreiben. Das Ganze kann bis zu 2-3 Wochen dauern, habe ich gehört, also so wurde es zumindest gesagt, dass es 2-3 Wochen dauern kann. Also für die Leute, die sich Sorgen gemacht haben, was denn jetzt los ist und ob sie vielleicht was falsch gemacht haben und es doch nicht klappt, nein, ihr habt alles richtig gemacht, keine Sorge, 2-3 Wochen einfach mal warten. Ich meine, es ist jetzt nicht wenig, muss man tatsächlich zugeben, es ist schon ein bisschen länger, aber dafür, dass ihr den am Ende bekommt, ist ja alles cool. Also, wie gesagt, macht euch keine Sorgen, der Skin wird in Zukunft auf euer Account gut geschrieben. Ansonsten, wenn ich euch helfen konnte, lasst doch gerne mal ein Like, dann lasst ihr auch ein Abo da lassen, die Glocke aktivieren und ganz, ganz wichtig, meinen Creator-Code Meta-8 im Gegensatzjob eingeben, um mich kostenlos zu supporten. Wäre sehr korrekt, vielen Dank dafür, dann sehen wir uns im nächsten Video, ciao und tschüss und bis zum nächsten Mal.